Und gleichsam auf Harte 2, also die Landesmeisterschaft laufen mit der B-Jugend an. Schmeierling-Kampf ist angesagt. Bereithalten sich, wenn ihr die Sportfreunde Kuhlmann und Schauschnitt. Max, du musst den Kopf hoch hoch haben. Und Harte, ja, 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 halt das Bein. Bein kommt, man. Bein kommt, man, zwei Beine, zwei Beine, zwei Beine. Oh Gott! Krampel, 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 krampel. Akz alt. Jawohl, sehr schön sehen Sie. Max, Max. Drei. Zwei Beine, zwei Beine. Nicht drüber passen. Genau, jetzt. Pass doch die Oberschenkel einfach. Beinrolle, ganz eng. Beinrolle, andersrum, falschrum, falschrum. Mach los. Jawohl. Brot, Aktion. Jetzt. Jetzt. Und auf der Bahn. Und auf der Bahn. Zwei Beine. Zwei Beine. Zwei Beine. Zwei Beine. Zwei Beine. Zwei Beine. Wie gesagt Pohlmann gegen Schorschmidt. Und Muriel gegen Frührich, bitte Beine. Zwei Beine. Weiter laufen. Weiter laufen. Weiter laufen. Nicht drauf laufen. Großen Radius laufen. Beine weg. Weiter, 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 weiter. Schneller. Exklusiver. Weiter. Auf weiter. Weiter laufen. Und lauf weiter. Hinten arbeiten. So hinten. Ganz strafft. Eng vor der Brust. Eng. Eng. Weiter. Jawohl. Weiter. Enger. Straffer. Da muss ich knapp vor der Brust sein. Richtig eng. Das ist gut. Enger jetzt. Das geht. Noch einmal. Komm. Und ab. Ja, weiter, weiter. Halter es eng. Malz Sie. Schmalz sie hoch. Malz sie. Malz sie hoch. Malz sie hoch. Malz sie hoch. Ich muss das üblich machen. Ich muss das üblich machen. Ich muss das üblich machen.